Muss das jetzt leuchten? Ja, jetzt geht's. Das ist noch eine kleine Redekunde. Wo ist dein Gegner hin? Rollen die ja, rollen die ja! Stellt's Bein dahinter! Vorsicht! Bring mal die Ellbogen rein! Bring mal die Ellbogen rein! Bring mal die Ellbogen rein! Genau! Komm mal ein bisschen Samba! Auf Marte 1 kämpfen als nächstes! Die Hand, die Hand! So! Und immer locker, 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 locker! Genau! Die rechte Hand brauchst du! Ja, ja, super! Auf Marte 2 kämpfen als nächstes! Dominik Funek und Matilda Vorkmaz! Tino, jetzt ruhig! Gib schön Druck auf den Kopf! Schönen Druck auf den Kopf! Tino, lassen Sie an die Rücken! Ja, danke! Das bin ich schon gerade! Auf Marte 2 kämpfen, Dominik Brunek und Attila Vorkmaz! Genau zu greifen und bewegen! Das musst du machen! Nicht so statisch, bitte! Pass auf deinen Grinschenhof! Zwei Minuten! Sie sind oben! Auf Marte 3 bleiben Sie sich vor! Makobi, Andre, Gizemko, Michael! Beifall bei der CDU und BÜNDNIS 90 Einstellung! Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der CDU Gehen rücken! Gehen rücken jetzt! Für Mathe 1 können Sie sich vorbereiten Jakub Ratschek und Vlado Sikic. Mathe 1 bitte. Jakub Ratschek und Vlado Sikic. Machen wir schön eng jetzt die Knie. Schön eng die Knie. Erstmal ausruhen. Halbzeit. Elbogen runter. Erst wenn du was machen willst, vorher nicht. Halt auf deinen Kopf. Lass ihn in der Mitte den Kopf. Warnow und Lucia Christa auf Mathe 2. Das ist Mathe 2. Ne, da hinten jetzt. Warnow und Lucia Christa auf Mathe 2. Warnow und Lucia Christa auf Mathe 2. Vier Minuten geht. Warnow und Lucia Christa auf Mathe 2. Warnow und Lucia Christa auf Mathe 2. Warnow und Lucia Christa auf Mathe 3. Warnow und Lucia Christa auf Mathe 2. Vier Minuten Sex Testament. let's vier Minuten Cash مع Die Hin amplischen finally. Ja, das machst du gleich. Genau, da kontrollieren und wieder reingreifen. Ich muss jetzt versuchen, die Stimme. So, am weniger ist eine Minute. Noch 10. Noch 20. Kopf in die Mitte, Kopf in die Mitte. Jetzt mit dem Arm. Genau. Ja, rutsch. Rutsch jetzt. Ja, ja.